hey leute was geht onkel mo wieder hier am start ja leute ich habe letztes mal ein video gemacht das war an dem tag wo auch der ballpass für season 19 rausgekommen ist da haben wir es geschafft saturn ruhm 2 zu erreichen also aktuell ist es so wir waren jetzt in der zeit fleißig seit dem codelius rausgekommen ist ja ihr seht es auch hier an den belohnungen und wir haben hier auch belohlung gespart plus wir haben brawler wie zum beispiel auch codelius ja wir haben masteries gefahren wenn man masteries farmt bekommt man einmal credits und auch chroma credits und die kann man einlösen ja also wenn man max ist kann man die einlösen um seinen saturn ruhm oder quasi den ruhm rang zu erhöhen viele fragen sich was kommt eigentlich nach saturn rum wir werden versuchen in diesem video werden wir versuchen saturn rum 3 zu erreichen das werden wir selbst schaffen weil wir haben viele masteries vorbereitet und wie nah wir an solarrum sein werden das wird extrem interessant ja wenn ihr das feiert wenn euch das schon mal gefällt lässt lasst gerne ein like auf dieses video und wenn ich sehe das video kommt bei euch gut an dann verspreche ich euch wenn der neue brawl pass kommt also season 20 werden wir den wieder durch spielen und dann wirklich ja ich denke wir werden safe den solarrum erreicht und was passiert dann quasi was passiert wenn man diese 24.000 punkte erreicht es wird also ich bin wirklich sehr gehypt was das angeht und wenn das natürlich nicht verpassen wollt gerne den kanal abonnieren aktiviert die glocke dass ihr dieses video wenn es kommen sollte nicht aber es geht los so wir starten erst mal wir werden das so machen wir gehen jetzt wirklich alle roller und trophäen durch so wir haben jetzt einmal codelius sowie holen einmal das gold ab nice die power punkte interessieren uns nicht wir holen die 100 credits ab das ist echt stark dann 300 ok wir können keine power punkte mehr einsammeln wir haben zu viele deswegen bekommen wir gold so dann holen wir einmal 100 credits ab das ist der wahnsinn ihr seht es unten ich habe du hast 697 das ist echt viel ich komme aber gleich dazu so codelius haben wir fertig es geht weiter mit willow so power punkte haben wir genug auf der bank wird zu gold umgewandelt 200 credits so ihr seht es saturn rum 2 gleich schon ist nicht mehr viel gleich schon saturn rum 3 crazy crazy weiter geht's dann haben wir brawler wie poko so bei poko haben wir nichts aber nehmen wir mit dass einfach dass es ausgeblendet ist dass es nicht angezeigt wird so bell was haben wir bei bell pin nehmen wir mit so sie haben wir nix lola sehr gut ich bin jetzt auch gerade live wir haben mehrere masteries heute gemacht wo die brawler auf bronze 3 gebracht haben wenn man die brawler auf bronze 3 bringt ihr seht es dann bekommt man credits ja das haben wir heute gemacht das bei mehreren brawler ihr werdet es aber ist gleich sehen so dann geht es weiter hängt ok wir holen hängt ab der beste brawler im spiel wenn ihr euch fragt wer ist der beste brawler im spiel ganz klar hängt ja ganz klar hängt der beste brawler im spiel so weiter geht's so stark 150 credits das ist sehr viel 150 credits holen wir ab so weiter geht nita haben wir nix da tic mac haben wir nix jesse haben wir was stark stark jesse haben wir noch 150 credits stark nehmen wir mit so ok ihr seht es schon ich bin gleich schon bei 6000 wahnsinn so was haben wir noch squeak haben wir hier was bei squeak stark 100 credits ok wir sind schon bei 6000 6000 also ihr seht es ich habe ich hätte jetzt noch weiter spielen können ich hätte noch weiter masteries farmen können dann hätte ich hier noch mal 200 credits bekommen ja aber leute ist es auch wirklich eine sehr zeitintensive sache es ist nicht so easy ja wir machen weiter so ms so ms haben wir auf bronze 1 gemacht heute nehmen wir die 75 mit sehr sehr nice so karl wo sind wir bei karl ok karl haben wir leider nicht aber ihr seht es auch bei karl wir sind sehr nah wir sind sehr nah an silber drei bei silber drei noch mal 150 credits weiter geht's so gene haben wir nix was haben wir bei pan so pan auch gleiche geschichte silber drei werden noch mal 150 credits müsste ich pushen ja so wir haben wir leider nicht gemacht was haben wir bei grey ok grey haben nur power punkte nehmen wir nehmen wir mit das einfach nicht angezeigt wird nehmen wir auch mit soll nicht angezeigt werden das nervt so rafs nehmen wir mit soll nicht angezeigt werden auch bei rafs gibt es 100 credits ja müsste ich mal pushen so piper leider piper haben wir nicht gemacht so aber ist auch gut dass wir paar brawler haben wo man noch masteries bekommen kann so leon leider auch nicht gemacht ja leon leider auch nicht gemacht auch sehr nah zu bronze 3 aber ihr seht jetzt ich habe noch viele brawler offen wo man noch credits bekommen kann wo ich durch mastery farm credits bekommen kann das seht ihr so bayern haben wir gemacht holen wir ab bayern holen wir ab so stark ok weiter geht's dynamik leider nur bronze 1 und wir ab ember leider nur bronze 1 so basta haben wir noch gar nicht gespielt sandy holen wir ab und dann geht's sehr stark grom und grom nehmen wir mit warum auch sehr close zu silber 3 so gas die nur haben wir nicht rosa rosa haben wir gerade gemacht 75 ja also wir sind sehr close ihr seht es 16.000 uns fehlen noch 1000 so circa 1500 crazy crazy so weiter geht so waren wir wo waren wir rosa so scroll was haben wir bei sprout punkte nehmen wir mit punkten passieren kann kein penny ja das ist ärgerlich das wären 150 credits wir haben penny nicht gepusht das hätte man machen können jetzt gar nicht abgeholt max auch noch nicht so bonnie wow 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 bank haben wir gerade gemacht 100 credits daryl leider nicht gepusht rotes holen wir einmal ab so ok rotes haben wir auch abgeholt so was haben wir bei jami nichts mehr so genau dann haben wir noch mal bibi bibi und frank haben wir gerade gepusht für mastery ihr seht es aber ich habe viele brawler vorbereitet auf bronzer 1 um die credits abzuholen ja um die credits abzuholen so nice so was haben wir noch was nur leider power punkte nur power punkte bei bass bei tata was haben wir bei tata power punkte leider so sam stark 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 also ihr seht es auch bei sam bin ich wirklich sehr nah zu 100 credits könnte man beim nächsten video oder wenn man wirklich sehr nah zu solarroom ist machen jackie viele schreiben du hast du vergessen ich bin gerade auch live ja im stream viele haben geschrieben ich habe du vergessen dankeschön an den chat los geht raus also wenn ihr so live streams nicht verpassen wollt ich bin eigentlich sehr aktiv mit live streams ja ich würde sagen wenn eigentlich täglich live dann möglich könnt ihr gerne den kanal abonnieren könnt ihr was lernen kommt vorbei könnt ihr was lernen so es geht weiter so spike genau spike stark 200 credits 200 credits ja ihr seht ich habe bei vielen brawler masteries wenn ihr euch auch fragen wieso ich so viele masteries habe ich helfe natürlich zuschauer beim beim pushen und ich droppe den brawler auf 550 600 trophäen und spiele quasi von 600 auf 850 das ist eine gute range um mastery punkte zu farmen ja also spielt immer wirklich von ihr könnt sogar 500 bis 850 spielen perfekte range aber das war das war jetzt wirklich stark so dann haben wir wo so ok wow so was haben wir noch primo leider nicht primo müssen wir pushen primo sehr 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 close zu den 75 credits so sonst haben wir nichts mehr ja das war's soll aber wir sind noch nicht fertig so ganz wichtig wir haben die chroma credits 697 die lösen wir jetzt ein let's go so 200 ja noch mal 200 wow 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 ihr seht es saturn room 3 wir haben es geschafft plus es ist ganz wichtig plus wir haben noch 397 chroma credits ja wahnsinn wahnsinn ihr seht es wir sind bei 16.065 wenn ihr sagt cooles video hat mir gefallen bitte macht diesen solar room der bei 24.000 kommt ich will wissen was da was danach kommt ja lasst gerne ein leichter weil dadurch erkenne ich dass ihr interesse daran habt und ich könnte natürlich ihr habt gesehen es sind viele brawler noch ja viele brawler ja wie zum beispiel jetzt muss chester zum beispiel dann passt da muss basta als beispiel zum bast da jetzt schon mal entschuldigung chester habe ich doch keine credits gesammelt ja oder wo war basta wo ist der liebe basta ihr seht es auch basta hier ja alles möglich schreibt in die kommentare las gerne ein leichter und wenn ihr das nächste video nicht verpassen wollt wie ich solar room erreichen werde ich werde es schaffen ich werde es schaffen das weiß ich wenn der nächste brawl pass rauskommt werde ich es schaffen wenn das nicht verpasst wollen gerne den kanal abonnieren so ich sage tschau bis bei oncle mo